In deinem Dienst stelle ich dir den Herrn Kaplan, Prälat Mionchek, als Mitarbeiter in der Seelsorge zur Seite. Mögen alle im Fahrgemeinde nach, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gute Ratgeber und Helfer in der gemeinsamen Verantwortung werden. Die hier versammelte Gemeinde bitte ich, für ihren neuen Moderator zu beten und im ehrlichen und offenen geschwisterlichen Miteinander das Leben unserer Pfarr gemeinsam mit ihm so zu gestalten, dass die Pfarrgemeinde Sakrament, das heißt Zeichen der Zuneigung Gottes für alle hier lebenden Menschen wird.